Musik Herzlich Willkommen bei uns am Wilden Kaiser in den Orten Elmau, Goeng, Schäffer und Söll. Seit 2007 wird bei uns am Wilden Kaiser der Bergdoktor gedreht. Und jetzt zeige ich euch die schönsten Drehorte vom Film der Bergdoktor am Wilden Kaiser. Das Reich von Hans Siegel von unserem Bergdoktor ist die Arztpraxis bei uns in Elmau am Wilden Kaiser. Besuchen kann man es immer Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr, wenn nicht gerade gedreht wird, so wie es jetzt. Oder natürlich bei einer schönen Filmwanderung mit mir. Einer der schönsten Drehorte in Goeng ist das Gasthaus Wilder Kaiser. Dragen machte die wunderschönen Blumen und mit ganz einer feschen Wirtin, und zwar mit der Nathalie O'Hara. Die spielt hier die Frau Dreiseidl. Da drüben steht sie. Ehe, servus, Nathalie. Nathalie, Nathalie. Nein, das ist nicht die richtige. Ich muss doch zum Gasthaus führen. Musik Das ist die Maria, das ist die Wirtin vom Gasthaus Führunghofen. Bei uns wird der Gasthaus Wilder Kaiser von innen gedreht. So, jetzt sind wir gerade in Elmau unterwegs und warten auf den Hermann. Der Hermann macht mit der Pferdekutschenfahrt eine tolle Tour, und zwar auf den Spuren von Bergdoktor. Musik 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 Der Hintersteiner See in Schäffau. Toll zum Abkühlen und eine traumhafte Filmkulisse. In Söhl, da ist der Gruberhof, da wohnt die Familie Gruber auf 1200 Meter. Da auch könnt ihr sogar mit dem Traktor fahren und der Peter bringt euch rauf. Musik 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 Es gibt viel zum Entdecken rund um den Bergdoktor am Wilden Kaiser. In Elmauer, Goeng, Schäffau und Söhl zu Fuß beim Wandern, mit dem Radl, mit der Kutsche oder sogar mit dem Traktor. Ich wünsche euch viel Spaß auf den Spuren des Bergdoktors. Bis bald! Juhuui! Musik 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 Musik